ja guten morgen würde ich sagen das abenteuer leipzig hat begonnen womit hat es begonnen ja wir haben erst mal hier bei ebay ein bisschen aufgereift die sonne begleitet uns heute und lässt uns in einem anderen licht erscheinen aus diesem grund laufen wir hier einfach über diesen fußballplatz wenn man noch der fußball dieses netz hier ist voll nice da kann man sich schön anlehnen ja und man fällt nicht wunderbar so wir drehen noch eine runde am spielplatz da ist der bagger den kennen wir irgendwie damit haben wir schon erfahrung gemacht mit diesem bagger da sind wir schon mal mit dem berg hier runter gefahren der hat auch ganz schön gelitten jetzt so wir schaukeln nach einer runde bevor wir starten sagt hier wird schon geschaukelt hin und her geht es wackelt es wackelt es wackelt es ist wunderbar dieser sand ich liebe diesen sand ich erinnere mich an die ostsee wunderbare zeit haben wir da erlebt so gut sie jetzt geht es langsam recht stadt der bus wollen wir noch erreichen wo man gucken wie sich das heute entwickelt bis später kohle 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 kohle